Hallo, Kollege! Hallo! Gehen wir! Los, geht's! Ich bin bereit! Es ist Zeit, ein paar Tudas zu essen! Ja, los geht's, Jason! Ich bin so hungrig! Ich arbeite viel zu hart! Du hast die Donuts? Ja, ich habe sie! Zum Wohl! Jawohl! Oh, mein Rücken tut weh! Ah! Ja, ich bin so hungrig! Ja, ich bin so hungrig! Ah, Polizei, 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 meine Tasche. Polizei, Polizei, helfen Sie mir. Polizei, Polizei, können Sie mir helfen? Jemand hat meine Tasche gestohlen. Der Räuber ist da. Was? Jason, auf geht's. Komm, wir müssen den Dieb schnappen. Wo ist der Räuber? Hä? Wo ist er, Jason? Ah, da bist du ja. Okay, schnappen wir uns den Dieb. Hey, komm zurück, ihr Räuber. Hey, komm her, du. Komm zurück, Dieb. Jason, Jason, steig ins Auto. Los, los, los. Los, hinterher. Oh nein, die kriegen nicht. Oh nein, der ist zu schnell. Steig aus. Oh nein, der ist zu schnell. Hey. Er ist weg. Er ist weg. Ich wollte den Dieb nicht schnappen. Ich auch nicht. Warte, ich habe eine Idee. Setz das ab. Du wirst Eiscreme verkaufen. Okay. Los, los, los. Okay, Jason. Verkauf das Eis, ja? Los, los, los. Ich werde mich verstecken hinten, ja? Lass uns ein Eis kaufen. Eiscreme zu verkaufen. Ich verkaufe Eiscreme, Leute. Eiscreme zu verkaufen. Eiscreme. Eiscreme zu verkaufen. Eiscreme. Ich verkaufe Eiscreme. Eiscreme, Eiscreme. Ich möchte Eiscreme. Okay. Eiscreme. Danke. Hey, ich habe dich. Hey. Du bist ein Räuber. Ja, nein. Hey. Jason, wir haben ihn. Ja, wir haben ihn. Hier ist ihre Tasche. Vielen Dank, liebe Polizisten. Und tu das nicht mehr, Räuber. Du gehst ins Gefängnis. Geh ins Auto. Und iss nicht meine Donuts. Gute Arbeit, Kollege. Wir haben ihn. Yeah.